Veränderung in der Prozesslage und Erstreuung können zu fehlerhaften Produkten führen. In dieser Lektion erlernen Sie die Erstellung einer Mittelwertkarte und einer Spannweitenkarte. Und damit nochmal herzlich willkommen zu dieser Lektion, die im Wesentlichen drei Lernziele hat. Doch bevor wir dazu kommen, noch ein kurzes Vorwort. Für die Erstellung einer Mittelwertkarte und Spannweitenkarte gibt es bereits separate Lektionen. Worin unterscheidet sich also diese Lektion? In den separaten Lektionen für die Mittelwert- und Spannweitenkarte wurden die Waren- und Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 95 bzw. 99% berechnet. In dieser Lektion werden nur die Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,97% berechnet. Dies entspricht einer Breite der Grenzen von 6 Sigma, also plus minus dreimal der Standardabweichung. Abhängig von der Region bzw. dem jeweiligen Land oder verschiedenen Vorgaben kommen sowohl die 99% als auch die 99,97% Grenzen zur Anwendung. Daher wird in dieser Lektion der Fokus auf die 6 Sigma-Grenzen gesetzt. Und dies in Kombination zur Überwachung der Prozesslage mit der Mittelwertkarte und der Streuung mit der Spannweitenkarte. Für all jene, die die anderen Lektionen noch nicht gesehen haben, werden die wichtigsten Grundlagen noch einmal kurz wiederholt. Nach dieser Lektion sollten Sie also die wesentlichen Grundlagen einer Mittelwertkarte und Spannweitenkarte kennen. Des Weiteren sollten Sie auf Basis der Daten aus einer Vorlaufuntersuchung die Mittellinie der Mittelwertkarte und die der Spannweitenkarte bestimmen können. Und fast am wichtigsten sollten Sie natürlich in der Lage sein, die Eingriffsgrenzen für beide Regelkarten berechnen zu können. Dazu ist diese Lektion in drei Kapiteln aufgegliedert. Im ersten Kapitel verschaffen wir uns noch einmal einen Überblick über die Grundlagen der Mittelwertkarte und der Spannweitenkarte. Im zweiten Kapitel werden die Mittellinien dieser beiden Karten auf Basis einer Stichprobe bestimmt und im letzten Kapitel werden dann die Eingriffsgrenzen berechnet. Fangen wir also mit einer kurzen Wiederholung der Grundlagen zur Mittelwertkarte und Spannweitenkarte an. Auch hier nehmen wir wieder den Durchmesser eines Kolbens als Beispiel. Sein Durchmesser von 60,1 mm ist das Produktmerkmal, welches mit den Regelkarten überwacht werden soll. Wenn wir vom Mittelwert sprechen, dann ist damit der arithmetische Mittelwert gemeint. Dieser berechnet sich aus der Summe aller Werte geteilt durch ihre Anzahl. Daneben gibt es noch den Median- oder Zentralwert. Dies ist der Wert in der Mitte der nach Größe geordneten Werte. Die Grenzen einer Median-Karte berechnen sich etwas anders als die für den arithmetischen Mittelwert. Und schließlich gibt es noch den Modalwert oder kurz Modus. Dieser ist der am häufigsten vorkommende Wert. Wie zu Anfang bereits festgestellt, können sowohl eine Verschiebung der Prozesslage, also ein sich ändernder Mittelwert, als auch eine größer werdende Streuung dazu führen, dass Produktmerkmale hergestellt werden, die außerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Wie hier im Werteverlauf deutlich zu sehen ist, ist die Streuung im ersten Teil klein. Im hinteren Teil ist die Streuung so viel größer, dass sich drei Maße außerhalb der zulässigen Toleranz befinden. Eine Verschiebung der Prozesslage, M nach oben oder unten, kann ebenfalls zu nicht spezifikationskonformen Merkmalen führen. Wie auch immer, um die Wiederholung hier nicht zu lang werden zu lassen, verweise ich an dieser Stelle einmal auf die Lektion zum Trend, Run oder Middle Third als weitere Signale, die auf einen gestörten Prozess hindeuten können. Um einen gestörten Prozess zu erkennen, kann zum Beispiel überwacht werden, wie sich der Mittelwert der einzelnen Stichproben verändert und wie sich die Spannweite derselben Stichproben verändert. Dazu werden die Eingriffsgrenzen so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit 99,73 Prozent beträgt, dass der Mittelwert einer Stichprobe oder die Spannweite einer Stichprobe sich zwischen diesen Grenzen befindet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,73 Prozent generiert die Regelkarte also kein Signal. Mit 99,73-prozentiger Wahrscheinlichkeit muss also nicht in den Prozess eingegriffen werden. Daher auch der Begriff Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit. Auf der linken Seite sind bereits die Formeln zu sehen, mit denen die Eingriffsgrenzen für die Mittelwertkarte und die Spannweitenkarte berechnet werden. Sehen wir uns diese als nächstes etwas genauer an. Wenn x² der Mittelwert einer einzelnen Stichprobe ist, dann ist x²² der Mittelwert aus den einzelnen Mittelwerten. Und somit ist x²² oder M die Mittellinie für diesen Prozess. Analog ist r die Spannweite einer einzelnen Stichprobe und r² ist der Mittelwert aus den einzelnen Spannweiten. Die Faktoren a2, d3 und d4 zur Berechnung der Eingriffsgrenzen werden Tabellen entnommen. Diese unterscheiden sich von den anderen Faktoren, die man zur Berechnung der 95 Prozent oder 99 Prozent Grenzen verwendet. Die Mittelwerte und die Spannweite sind ja zunächst einmal unbekannt. Soll die Regelkarte für eine existierende Serienproduktion erstellt werden, so müssen zu ihrer Bestimmung Muster aus der laufenden Serie entnommen werden. Handelt es sich um einen neuen Prozess, so muss eigens für die Ermittlung dieser Daten eine kleine Menge an Teilen produziert und vermessen werden. Diesen Vorgang nennt man Vorlaufuntersuchung. Und es ist genau so eine Vorserie, die wir uns in diesem Kapitel ansehen und mit den Daten den Mittelwert für die Mittelwerte und der Spannweiten errechnen. Es wurde also der Durchmesser von 50 Teilen vermessen und die Ergebnisse in die linke Tabelle eingetragen. Auf der rechten Seite wurden die Einzelwirte in eine Regelkarte für Einzelwirte eingetragen. Deren Häufigkeitsverteilung ist in dem daneben liegenden Histogramm zu sehen. Bei all diesen Berechnungen gehen wir davon aus, dass die Werte normal verteilt sind. Die über das Histogramm gelegte Glockenkurve soll uns hier rein visuell als Nachweis einer Normalverteilung genügen. Für jede einzelne Stichprobe wurde deren Mittelwert errechnet und in die rechte Spalte eingetragen. Danach wurde der Mittelwert der Mittelwerte errechnet. Dieser findet sich ganz unten. x quer quer beträgt demnach 60,105 mm. Das gleiche wurde als nächstes für die Spannweite gemacht. Für jede Stichprobe wurde die Spannweite in die Tabelle eingetragen und am Ende der Mittelwert der Spannweiten errechnet. Dieser beträgt 0,066 mm. Die Skalierung der Y-Achsen der Regelkarten muss ja so gewählt werden, dass auch noch Extremwerte in dieser dargestellt werden können. Für die Mittelwertkarte sollte die Y-Achse daher mindestens die doppelte Spanne vom größten und kleinsten gefundenen Mittelwert abdecken. Für die Spannweitenkarte sollte der Bereich, den die Y-Skala abdeckt, mindestens doppelt so groß sein wie die größte gefundene Spannweite. So, damit hätten wir dann die beiden benötigten Parameter Mittelwert und Spannweite aus der Vorlaufuntersuchung ermittelt. Beide Werte 60,105 und 0,066 mm wurden hier in die Tabelle und Regelkarten eingetragen und sind ein Teil für die weiteren Berechnungen, die wir im nächsten Kapitel durchführen werden. In diesem Kapitel werden die Eingriffsgrenzen für die Mittelwertkarte und die Spannweitenkarte ermittelt. Die einzigen noch verbliebenen Unbekannten sind die Faktoren A und D. Diese werden als nächstes einer Tabelle entnommen, wie man sie in der einschlägigen Literatur oder im Internet finden kann. Ein Ausschnitt einer solchen Tabelle ist hier links wiedergegeben. Für einen Stichprobenumfang von 5, wie in unserem Beispiel, entnehmen wir für A2 den Wert 0,577. Für einen so kleinen Stichprobenumfang entfällt die untere Eingriffsgrenze bei der Spannweitenkarte. Deshalb finden sich Werte für D3 erst ab einem Stichprobenumfang von 7 in der Tabelle. Für die obere Eingriffsgrenze der Spannweitenkarte beträgt der Wert für D4 2,144. Alle Werte wurden in die mittlere Tabelle übertragen. Setzt man nun die Werte in die Formel für die obere Eingriffsgrenze der Mittelwertkarte ein, so findet man, dass diese bei 60,143 mm liegt. Für die untere Eingriffsgrenze ergibt sich ein Wert von 60,067 mm. Und schließlich erhält man für die obere Eingriffsgrenze der Spannweitenkarte einen Wert von 0,14 mm. Wie bereits gesagt, aufgrund des sehr kleinen Stichprobenumfangs entfällt hier die untere Eingriffsgrenze. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wirt die Eingriffsgrenzen überschreitet, ist kleiner als 0,27%. Tritt ein solch unwahrscheinliches Ereignis auf, so ist dies ein Hinweis darauf, dass der Prozess möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle ist. Dann muss die Ursache dafür gefunden werden und der Prozess gegebenenfalls nachjustiert werden. Sowohl die Mittelwertkarte als auch die Spannweitenkarte kann ein solches Ereignis unabhängig voneinander anzeigen. Denn mit der Mittelwertkarte werden ja Veränderungen der Prozesslage überwacht und mit der Spannweitenkarte Veränderungen der Prozessstreuung. So, das waren jetzt sicher eine ganze Menge an neuen Informationen. Deshalb möchte ich zum Schluss die vier wichtigsten Kernaussagen noch einmal zusammengefasst wiederholen. Mit der Mittelwertkarte wird die Prozesslage überwacht und mit der Spannweitenkarte Veränderungen der Prozessstreuung. Die Eingriffsgrenzen werden so gelegt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,73 Prozent, das entspricht dem Sechs-Sigma-Bereich, nicht in den Prozess eingegriffen werden muss. Liegt ein Wirt außerhalb der Eingriffsgrenzen, deutet das auf einen Prozess hin, der nicht mehr unter Kontrolle ist. Wenn Sie diese Lektion hilfreich fanden, dann lassen Sie es mich bitte wissen und hinterlassen einen Kommentar. Vielen Dank dafür, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.